Hallo meine Lieblingsschulen, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Es ist schon wieder gefühlt ewig hier, dass ich das letzte Mal hier saß. Erstmal vorweg, diese Katze ist heute ganz extrem schmusebedürftig. Ich hoffe, sie lässt nicht irgendwie dieses Video drehen. Es ist ja selten so, dass sie wirklich so extrem auf mir rumhampelt, wenn ich hier oben bin. Aber ich glaube, ihr geht es halt auch nicht so gut. Sie hat es schon erbrochen. Aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Also dieses ständige Kuschel hier. Also lasst euch nicht davon stören, falls ihr mal so einen Kassenschwanz durchs Bild tanzt oder sonst irgendwas. Ich möchte heute eine Filmreview für euch drehen, ein Reviewvideo. Und zwar zum zweiten Teil von Maleficent, die dunklen Mächte. Und ja, ich sage euch wieder grob, was in dem Film so passiert und was so der grobe Inhalt ist. Und natürlich, wie ich den Film fand. Und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen es schon. Ja, Maleficent 2, die Mächte der Finsternis, ähm, 12 Jahre, ist der zweite Teil der Dornröschen-Realf-Filmung, sag ich mal, ähm, Maleficent, die dunkle Fee. Genau. Und startete am 17. Oktober in den deutschen Kinos. Aurora ist in diesem Teil kein kleines Mädchen mehr, sondern eine erwachsene Frau. Und sie soll auch bald Prinz Philipp heiraten. Und zusammen mit der Fee Maleficent, gespielt von Angelina Jolie, wie auch schon im vorherigen Teil, beschützt sie die Moore, damit sie so schön wie eh und je bleiben. Ja, und zu Beginn der Geschichte ist Maleficent auch sehr glücklich. Sie hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen. Sie genießt das Leben in den Mooren zusammen mit ihrer Ziehtochter, kann man ja sagen, Aurora. Und ist eine gute Fee. Bis zu dem Zeitpunkt, ja, wo die zukünftige Schwiegermutter von Aurora ins Leben von Aurora und Maleficent tritt. Durch die Eheschließung von Aurora und Philipp sollen ja diese zwei Reiche zusammengeführt werden, der Konflikt beendet werden. Ja, die Königin allerdings hat da so ihre Bedenken, glaubt nicht an das Gute und ja, es gibt noch eine Menge Konfliktpotenzial, sagen wir es so. Ja, dieses Konfliktpotenzial führt letzten Endes zu einem großen Kampf und wie das Ganze endet, müsst ihr euch im Kino anzählen. Also das grob zu der Story. Wie fand ich den Film? Sterbenslangweilig. Also ich muss tatsächlich sagen, dieses Review-Video, ich hab, ich glaub nicht eine positive Sache zu, ich überleg aber, ich, nee. Ich fand den Film von vorne bis hinten sterbenslangweilig. Mich hat lange, schon lange kein Film mehr so frustriert wie dieser Film. Ich fand ihn, ähm, vorhersehbar, absolut vorhersehbar. Das CGI fand ich furchtbar. Ich fand's echt schlecht. Vor allem, wenn die, ähm, die Feen, also vor allem die, ich weiß nicht, die die Feen, die Maleficent darstellt, das ist ja so eine Gattung, ähm, wenn die geflogen sind, das sah einfach furchtbar aus. Ich fand das CGI, also ich persönlich, ne, das ist nur meine Meinung. Es können, ich hab auch keine Ahnung von, von sowas, von CGI und sowas. Es kann sein, dass die Leute da dritten sagen, boah, das ist doch voll das gute CGI. Ich persönlich fand's schlecht, mir hat's nicht gefallen. Ich fand die Story sterbenslangweilig. Ähm, mich haben die Charaktere nicht mitgenommen. Ich wurde überhaupt nicht abgeholt, ähm, ich weiß echt nicht, was ich anders sagen soll, weil ich fand den Film schlecht. Ich fand ihn wirklich schlecht. Er hat mich wahnsinnig enttäuscht und ich bin schon nicht mit viel Erwartung rangegangen, weil ich auch den ersten, ähm, jetzt nicht Bombe fand. Ich war von dem Teil zwar positiv überrascht, weil ich schlechtes erwartet hatte, aber ich fand ihn dennoch nicht sonderlich gut, jetzt Maleficent, ja. Ähm, deswegen bin ich auch mit ähnlichen Erwartungen jetzt an den zweiten Teil gegangen, auch so, ich erwarte halt noch mal nix. Ich hatte auch nicht sonderlich Bock auf den Film, muss ich gestehen. Aber dass der dann so meine Erwartungen erfüllt und sogar noch schlechter ist, als ich es erwartet hab, das, ja. Ich fand ihn, ich fand ihn leider einfach echt schlecht, wie gesagt. Ich merke, kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Also, er hat mich nicht abgeholt, die Story war langweilig bis zum Umfallen, ähm, das CGI war schlecht, alles meine Meinung, ja. Ihr könnt das ganz anders sehen. Ähm, ja, und es gab am, also, natürlich gibt es auch in diesen Filmen so Szenen, die einen rühren sollen. Ähm, ich weine in letzter Zeit sehr schnell, ich bin sehr schnell gerührt und ich finde etwas, also, so emotional, das nimmt mich sehr schnell mit. Null. Ich fand's einfach sterbenslangweilig und furchtbar. Das Kino sah das, glaub ich, auch, also es war nicht voll, das muss man dazu sagen, es waren echt nur irgendwie so, keine Ahnung, 20 Leute in dem Kino oder so, wenn überhaupt. Ähm, was ich so mitbekommen hab, die fanden den Film, glaub ich, tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ich, nicht schon. Und wer möchte und kann ich zu dem Film nicht sagen? Ich habe nichts Gutes zu sagen, ich kann gerne nochmal überlegen, aber... Nein. Mir fällt tatsächlich nichts ein. Ich fand ihn nicht gut. Und damit muss ich dieses Stream Your Video beenden. Das ist meine Meinung zu Maleficent. Ich habe den Untertitel jetzt schon wieder vergessen. Ähm, die Mächte der Finsternis oder sowas? Ja, Mächte der Finsternis. Es gab einen Charakter, den fand ich ganz gut. Es war ein neuer Charakter. Aber der war auch nicht viel zu sehen. Das ist vielleicht das einzig Gute, was ich sag. Ne? Ansonsten war ich extrem gelangweilt. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film fandet. Ähm, ja. Dann dürft ihr das Video gern bewerten, indem ihr einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Nimm's mir nicht allzu übel, dass ich den Film jetzt echt so schlecht fand. Er hat mir einfach nicht gefallen. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Musik